Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics und unser Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie hat schon angefangen. Es geht nämlich hier einmal um die Jawline bei einer etwas älteren Dame und sie möchte durch die Jawline einfach wieder ein strafferes Gesicht bekommen, das generell rundum schön und auch jünger aussieht. Hier verwenden wir Hyaluronsäure, natürlich nur vom Marktführer und die Behandlung geht auch relativ schnell und natürlich auch wieder ohne Schmerzen, weil im Präparat selber eine Betäubung mit drin ist. Hier verstreicht der Facharzt noch einmal die Hyaluronsäure und man sieht schon ein gutes Ergebnis und kann genau die Konturen erkennen. Damit verabschieden wir uns zufrieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017